Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chila und ciao wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, was wir uns mittlerweile wieder im Spiel erspielen können. Und zwar haben wir hier einmal Tyrael Streitros und dieses Mount gab es vor einigen Jahren, als Diablo 3 rauskam, wenn man einen WoW Battle Pass abgeschlossen hat und dementsprechend für ein Jahr im Voraus bezahlt hat. Mittlerweile kann man das wieder kriegen, es kommt nämlich jetzt dann bald Diablo 4 raus und dementsprechend hat Blizzard ein Promotion Event gestartet und dieses Promotion Event schimpft sich einmal ein gieriger Abgesandter. Und dieses Promotion Event geht vom 25. Mai bis einschließlich 14. Juni. Danach gibt es ein weiteres Diablo Event, willkommen in Sanctuario und da gibt es dann glaube ich 50% mehr EP, also auch nicht ganz so schlecht. Bei dem ersten Event mit dem Abgesandten, naja, was ist das für ein Event? Wir haben einen Schatzgoblin, der hier in den Dracheninseln bzw. in SW und Ogrimma spawnen kann und wenn wir den unboxen, gibt es einige Sachen, die wir als Loot rausziehen können, unter anderem halt auch dieses Tyrael Streitros. Wie funktioniert das jetzt mit dem Abgesandten? Naja, ich kann es euch noch nicht tausendprozentig sagen. Was ich bis jetzt gesehen habe, ist es so, dass er immer zur geradenvollen Stunde in SW spawnt, zur ungeradenvollen Stunde in OG spawnt. Also da seht ihr einfach auf der Map so ein Symbol und dann habt ihr 5 Minuten Zeit da hinzukommen und der Spawn danach kann er umgehauen werden. Da sind relativ viele Leute, also der wird relativ schnell weggezergt, ihr solltet dann euch schon mal quasi hinbewegen. Jetzt ist es so, dass er noch zusätzlich immer zur halben Stunde irgendwo auf den Dracheninseln spawnen kann. Also wenn dann, spawnt er auf der Küste des Erwachens, Ebene von Onara, Azublausgebirge, Taldrassus oder wie bei mir gerade in Waldracken. Und das komische ist, in Waldracken spawnt nicht ein Portal, es kommt ein Schatzgoblin raus und dann müsste wieder eine halbe Stunde warten, wie es jetzt eigentlich bei allen anderen Dingern ist. Sondern wenn er in Waldracken ist, dann hatte ich hier ein Portal, nach 5 Minuten ist er gespawnt, umgehauen. Dann ist hier ein Portal gespawnt, jetzt spawnt hier ein Portal. Also spawnt jetzt anscheinend, wenn das Event in Waldracken ist, im Abstand von 5 Minuten die Goblins. Mal gucken, wie lange das jetzt noch geht. Also deswegen meine ich so 100% kann ich es euch nicht sagen. Die Regel ist, alle halbe Stunde kriegt er volle Uhrzeit oder volle Stunde SW oder volle gerade Stunde SW, ungerade volle Stunde Ogrimma. Jede halbe Stunde dazwischen quasi in eine der Zonen in quasi Dragonflight. Und wenn er dann hier in Waldracken spawnt, dann sind es anscheinend alle 5 Minuten in Spawn. Gut, in 30 Sekunden spawnt er jetzt. Übrigens, es gibt noch ein paar weitere Sachen. Unter anderem gibt es einiges T-Mock-Stuff, den ihr hier quasi looten könnt. Ich werde euch gleich mal alles zeigen. Es gibt einige Toys, auch ein paar alte Sachen, die rausgenommen worden sind. Und zwar gab es ja dieses 20 Jahre Diablo Event. Und da sind einige Sachen, die man da nur temporär bekommen konnte. Und auch alles dieses Zeug kann dieser Schatzgoblin droppen. Das sind 10, 15, 20 Items. Und ja, die werden wir uns dann gleich angucken. Jetzt hacken wir natürlich erstmal den Schatzgoblin, dass wir ihn auch gleich looten können. Ich bin hier mit 4 Chars, dass ich auch ein bisschen extra Loot kriege. Denn unter anderem droppt er auch eine Schatzkiste, ne, ein Beutel so rum, keine Kiste, den ihr tragen könnt als einfach Behälter. Und der ist ein 36-Slot-Behälter, also das Größte, was es bis jetzt in WoW gab. Und ja, den mit dem einen oder anderen Char zu haben, in Anführungszeichen for free, ist eine ganz nette Angelegenheit. So, das leckt jetzt hier ein bisschen. Ich würde sagen, die lassen wir jetzt erstmal umhauen. Und wir gucken uns derweil die Belohnungen an. Also, es gibt einmal ein Pet, diese rote Ziege. Die sieht genauso aus wie Baal. Ist es auch, heißt auch so ähnlich. Und zwar heißt die Baalial Seelenstein. Dann gibt es einige kosmetische Sachen und das Mount unter anderem. Hier seht ihr den Schatzgoblin, ne, unter den ganzen Leuten haben wir das jetzt hier schlecht gesehen. Deswegen können wir das hier uns nochmal ein bisschen genauer anschauen. Also, so sieht der Schatzgoblin aus. Da haben wir aber das Pet, das droppt. Dann gibt es hier quasi so ein T-Mock-Item, was ganz nice aussieht. Ein neues Toy. Diese Flagge. Dann gibt es hier noch mehr T-Mock-Sachen. Den Rücken, ne. Dann haben wir das Mount. Dann haben wir einige Waffen-Items. Die sehen relativ ähnlich aus mit einer gewissen Farbvariation drin. Und was wir dann noch haben, ist halt wie gesagt die 36-Platz-Tasche. Dann, ähm, haben wir ein Achievement, wenn wir das Petl lernen. Dann haben wir eine Zweihand-Axt. Ähm, und zwar ist, oder ist das eine Stangenwaffe? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall eine Zweihand-Waffe haben wir hier. Die gab es aber schon mal bei diesem, ähm, 20 Jahre Diablo-Event. Und es gibt zwei Toys, die es auch bei diesem 20 Jahre Diablo-Event gab. Und, ähm, ja, zu denen hatte ich, glaube ich, auch schon mal Videos gemacht. Zum neuen Toy habe ich auch schon ein Video aufgenommen, falls euch das interessiert. Und diese Sachen können alle bei diesem Schatz-Goblin, äh, droppen. Die, ähm, Kiste oder die Tasche habe ich hier schon im Inventarsitter. Das ist ein 36-Platz-Beutel. Und das Größte, was wir ja bis jetzt looten konnten, waren durch zwei Events jeweils 34-Platz-Taschen, ne? Und sonst kann man ja nur 32-Platz-Taschen haben. Heißt, mit der 36 hat man jetzt nochmal wirklich eine, noch ein gutes Stück größere Tasche, als man eh schon haben kann. Gut, jetzt, ähm, muss ich mal schauen, ob der Typ, ob ich den nur looten kann. Ich habe den jetzt getagged, jetzt haben wir ein bisschen viel gefaselt. Oh, hier beginnt schon das nächste Event. In drei Minuten kommt er nochmal. Ah, da hinten liegt er. Jetzt schauen wir mal, ob ich die letzten paar T-Mark-Items da rausziehe. Okay, das war jetzt Unlucky, da haben wir leider nur Gold drin gehabt. Ich habe jetzt, wie gesagt, noch ein paar andere Charts. Dann können wir jetzt auch gleich gucken. Schade, da hatten wir jetzt auch nur Gold drin, aber einiges tatsächlich. Und übrigens, ihr könnt den so oft looten, wie ihr wollt. Also, der bleibt immer rare, wie ihr seht. Ah, was haben wir da drin? Ah, da haben wir so einen großen Zauber. Das ist quasi ein Item, das unsere Stats erhöht. Ich habe jetzt hier schon Rüstung gelootet oder hier 100 Beweglichkeit, hier 300 Ausdauer mit dem Char. Da, seht ihr, habe ich auch schon so ein T-Mark-Item unter anderem. Und diese Zauber-Items, wie gesagt, erhöhen einfach nur die Stats. Aber, was halt der Nachteil ist, die halten halt nicht ewig. Die sind nur aktiv während des Events, also bis zum 14. Aber gut, ihr habt dann jetzt halt ein paar Wochen mehr Ausdauer, mehr Mana und so weiter. Also, es ist eine ganz nette Angelegenheit. Jetzt gucke ich mal, ob ich mit dem auch noch looten kann. Ah, nein, mit dem habe ich leider nicht getaggt. Schade. Genau, das ist soweit das, was ich euch zeigen wollte. Beim Maun schätzt man aktuell, dass es wahrscheinlich lediglich eine Chance von um die 1% hat. Ich habe es bis jetzt auch noch nicht rausgezogen. Ich habe den jetzt schon ein paar Mal mit verschiedensten Chars auch umgehauen. Und ja, vielleicht liegt es auch dran, weil ich es schon gelernt habe. Das weiß ich natürlich nicht. Ihr könnt es gerne probieren. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, falls ihr es jetzt hier hardcore farmen solltet, wie viele Trice gebraucht habt, bis ihr es rausgezogen habt. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.